Und aber die fünf elektrischen Teile und die brauche ich eigentlich... Oh nein! Hat sich erledigt, die Frage. Ich habe mich immer gefragt, ob ich eigentlich ins Wasser fallen kann. Ja, und diesmal kann ich... Ach doch, hier, hier. Super. Und ich habe wieder jede Menge von allem. Und natürlich Zombies, wahrscheinlich.